Ich begrüße Nebio hier, mein alter Freund. Heute bin ich besonders froh, dich zu sehen, lieber Nebio Elias, Nebio. Nebio ist aus Eritrea und kocht uns heute was ganz Besonderes. Nebio, was machst du? Ich koche heute aus Eritrea. Ein kleines schönes Essen, das nennt man Schrup, das ist einfach von zuhause gemacht und das ist mit vielen Gewürzen. Und ich habe auch von zuhause Butter noch gebracht, das ist die Butter. Da sind über acht oder neun Gewürze. Und wir haben noch einen Topf, wo man genau diese Gewürze gucken kann. Sollen wir anfangen? Ja, natürlich. Ja, natürlich. Ja, natürlich. Ja, natürlich. Ich bin ein Wettbewerb, ich bin ein Wettbewerb, ich bin ein Wettbewerb. Ich bin ein Wettbewerb, ich bin ein Wettbewerb. 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 Ich bin ein Wettbewerb.